Hallo, ich bin Arnulf Koch, Gründer und seit 22 Jahren Vorstand der K&K Software AG. Ich habe mich letztes Jahr sehr intensiv damit beschäftigt, wie viele abbrechbare Stunden ein Mitarbeiter denn überhaupt realistisch leisten kann und wie viel er leisten muss, damit sich die Stelle rechnet. Das als Chef vorzugeben ist gar nicht so trivial, da es verschiedene Vertragsformen gibt. Managed Services vs. Zeit gegen Geld vs. Betrieb von Cloud-Plattformen vs. Handelsgeschäft. Wie kalkuliere ich dabei Unproduktives ein? Wie kalkuliere ich skalierende Effekte durch Automatisierung ein? In meinem Vortrag gebe ich euch einen Einblick in unsere Kalkulation, unsere Automatisierungstool-Shaden, unsere Vorgaben an die Stellen und an die Mitarbeiter. Ich möchte euch selber nichts verkaufen, ich biete euch einfach einen offenen Blick hinter unsere Kulissen an. Das ist, glaube ich, immer interessant. Ihr habt Interesse an noch mehr Impulsen vor Unternehmen? Dann kommt auch vorbei am 29. März 2023 nach Kassel zu den Impulsen für Systemhäuser. Ich freue mich auf den Austausch mit euch! Ich hoffe, es geht um ein paar Minuten. Ich hoffe, es geht um 15 Minuten. Das ist gerade wieder in derzeit.